Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Musikstunde in meinem Musikzimmer. Wir spielen heute wieder My God is Good, aber die Akkorde statt aufs Malen spiegeln wir jetzt den unteren Ton und die beiden oberen miteinander. Hört selbst. Wenn ihr bei dieser besonderen Herausforderung mitmachen wollt, kommt her, wir fangen an.